Kommt zu einem weiteren Let's Play Don't Starve. Ja, das letzte Mal hatten wir, vielleicht mal auf der Karte, hier das Gebiet gesehen, wo unser Dunger-Produzent, wenn man das mal so nennen darf, sich befindet. Und da haben wir letztes Mal 8 Dünger. Das dürfte einmal genau reichen. Muss man trotzdem was essen. Und so haben wir noch. Es gibt auch noch Möglichkeit, das zu kochen. Ich kann ja mal gucken, was man dafür braucht. Aber ich will, glaube ich, erst mal... So muss ich hier nah an zwei Mal rangehen. Gucken, wie viel man da jetzt braucht. Da brauchen wir noch Gras. Das ist jetzt hier nicht das große Problem, das zu finden. Na ja, da oben ist irgendwas. Machen wir mal ein bisschen... Wir sammeln ein bisschen mehr Gras. Sollten wir eigentlich nochmal, oder? Ach, ich baue das jetzt erstmal. Dann können wir ein bisschen weiter sammeln. Hm, genau. Bei Food ist das. Und wenn ein bisschen... Hm, was fehlt denn noch? 14. Achso, wir brauchen ein bisschen mehr Dünger. Wie kann man das noch? Hm. Dann sind wir unterwegs noch ein bisschen mehr Gras. Haben wir eigentlich genug. Dann haben wir jetzt nicht. Aber wir gehen einfach mal. Wir holen uns noch den Rest, oder? Hm. Das müssen wir eigentlich hinbekommen, oder? Schnell genug, weil wir schnell genug sind. Hm. Rasen wir da längst mal. Ja, was sonst noch? Waffen haben wir was? Was? Hm. Walscher Weg. Geh natürlich hier links. Ja, fallen sollten wir vielleicht auch mal eigentlich mal, oder weil wir bauen, um paar Hasen zu fangen. Aber das, ähm, der Lampe ist schon ein bisschen länger da, bis man was bekommt. Muss man erstmal investieren, und dann kann man das bekommen. Beziehungsweise müssen wir das einmal unbedingt erstmal vormachen. Also ist so meine Ansicht. Hm, genau. Mal gucken, wo wir jetzt die sind. Die müssen ja irgendwo jetzt sein wieder. Weil hier gibt's viele Hasen, also hier wär's sehr, lohnen. Hier wär's sich sehr gut lohnen, also da was hinzuschicken. Also da, fallen hinzustellen. Aha. Kann ein Stein, das kann doch lustig sein. Das hier. Hm. Oh Gott. Hier wär ja noch Stein, aber das will ich jetzt erstmal nicht. Der Cut-Stein, der ist ganz nützlich. Ja, ist ja schon wieder um fünf. Ich glaub ich denke. Nicht mal sehr nützlich. Nicht mal unbedingt mal da, aber ist ja nicht was. Jetzt will ich da schneller was. Da ist auch noch was. Oder hat irgendwas anderes gefehlt, weil ich hab doch eigentlich genug. Ich seh grad. Aber wenn ich sowieso schon da bin, dann vielleicht noch's auch noch. Oh, wie hab ich jetzt die Attacke gekleckt? Guck da. Die sind ja meistens friedlich. Es muss sein, sie sind in der, ich glaub, paar Augszeiten oder sowas. Jetzt sind's ja was gefährlich, ja. Aber ich kann hier richtig vorbei laufen, das stört ihm nicht. Ich seh, wir sollten mal was essen. Mal gucken, ob wir das jetzt noch... Wie viele Punkte sind denn da? 29 bis gleich ja gehen. Ach. Solange wir hier noch überall Dünger finden. Und wenn wir nicht auslösen auf Attack klicken, ist das noch okay. So, ich glaub, es reicht zuerst mal 17. So, wir finden hier oben noch was. So, den Weg schnell mal links. 26. Hm. So. 25. Ja, Feuer ist einfach, bringt einfach ein bisschen mehr, als ist es jetzt so zu essen. Weg längs gehen, ich denke mal das geht am schnellsten. Na, wir haben noch genug, also noch vorräumigsten jetzt hier. Na, dann sind wir auf. 22. Weg schnell längs gehen. 29. Ich bin unterwegs und was essen. Ist ja halb so wild. 19. Da guck ich mal, wie viel man dann braucht für dieses Kochgerät da braucht. Das bringt dann schon ein bisschen mehr, wenn man das kocht. Obwohl ich gar nicht weiß, ob da mal mehrere Sachen zusammen kocht. Ob das dann, weil man ja quasi mehrere Sachen gleichzeitig isst. Was dadurch einen Grund hat. Oder ob das, äh, hier mal was essen kann. Aber das kann auch noch pflanzenfähig was anderes noch brauchen kann. So. Wo ist unser Feuersteller um? Dann sind wir jetzt hier. An den Bienen entlang. Gehen wir mal. Oh, ich höre was. Ich höre was. nicht so toll ist und schnell feuer machen deswegen bin ich jetzt ein bisschen ruhig konsultieren muss man die gleiche greifen gleich an so habe ich den spiel dann ja ein pappys lustige umschreibung mal kommen ich hoffe das schaffen wir jetzt hier speicher einmal abwahl jetzt kann man ja gar nicht zwei gehen ja ich habe mir müssen dann wirklich schnell und war das alle gegangen wo ist denn jetzt hier was brauchen wir denn dafür ich hab was verwirrt ähm muss holz bräuchten wir dafür aber jetzt bin ich etwas verwirrt warum schau mal rox jetzt habe ich eigentlich überschluss da muss ich noch diese andere engine bauen alchemy engine tor genau das war das problem da hätten wir fast alles wo ist jetzt unsere tolle kiste wir haben noch eine kiste die ist glaube ich jetzt irgendwo im Hintergrund da sind wir jetzt mal die axt hier nehmen und bisschen fällen und gucken wo jetzt hier auch so ein bisschen holz für bretter das würde wir ein oder ist ein pilz ich habe mich gefangen genau hier und gleich mal die pflanzen so wie viel gold brauchten wir denn hier mal gucken eine designsmaschine ach brauchen wir mehr als wir haben dann schauen wir mal andere das das komische da das können wir ich ja wir sein das das war das das war das war das war das war das war das 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 jetzt auch mal dann hat er auch das mit einer kohle und besorgen das machen wir dann müssen wir eine fülle und können wir sie auch hier bauen die torch genau genau und dazu wir haben jetzt mal beide an machen wir das mal am besten wo nicht ganz zu viel nebeneinander ist hier vielleicht aber schnell weg wir haben die haben wir die aber nicht dann lassen wir die bär mitzieren wir haben wir haben ein schmetterling wings jetzt habe ich vergessen wie viel das war das war aber ein bisschen was ich glaube mindestens fünf oder sowas ist ist noch mal die torschen aber verwenden jetzt hier ist mir ganz schön nah jetzt ja sie sind wie die karotte an zum zusammenreißen ne ist denn asche hm ist nicht so gut auch der bush hier anzuzünden aber also der bush anzuzünden ist glaube ich ok gut ähm die karotte wollen wir auch einmal mitnehmen was ist jetzt hier nicht so richtig gut dann noch einmal hier den baum erleiden vielleicht gibt es noch genug und dann dann wenn die pflanzen machen ich glaube schmeldling kann irgendwas auch noch verwenden deswegen ich glaube da gibt es nur einmal kohle gibt es ich glaube es dürfte jetzt schon reichen oder schau mal die lage schnell zurückgehen genau muss jetzt auch mal aufpassen das kann ich guckt das würde ich jetzt erstmal hier food die das ist eine karriere nicht aber ach toll einmal kohle fehlt mir noch der single crunch gut dann ziehen wir den baum hier mal das ist leider die krass will dann glauben aber 19 ich denke mal wir bauen einfach was mit den wurzeln und den dings fleischchen zusammen gut es wird erst mal reichen das dürfte jetzt können reichen ich möchte nochmal holz hab ich ne pflanze einfach hier ähm pflanze einfach hin so mal kurz hin wenn ein jörg da holz zum wir sehen glaubwürdig das Kurs wenn uns mal auch wenn es ist pixi ich muss noch schnell mal was essen ich habe jetzt da haben jetzt 6 Holz genau das machen wir egal 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 jetzt können wir Kochbord ich den jetzt auch aufstehen da wo kann ich den jetzt aufstellen ich will lieber hier unten legen wir aufstellen so und dann nicht und ich muss erst mal Holz obwohl wir kommen jetzt die Karaten rein und zwei und drei dann muss das wir nicht dann kochen wir das mal schnell dann brauchen wir das Holz auch nicht bretter anscheinend und sonst noch ich habe mich hier irgendwo mal pflanzen schatten das noch 6 oder so kommt es schon fertig ich beobachte das einfach mal ganz kurz ab und wir müssen ganz schnell das hat ja erstmal das muss man überlegen die pz hat jemand anders gern ja anscheinend ja auch für der radis reicht noch mal so schnell woanders eingehen was ist noch das ist das was die bräuchte macht gut dann brauchen wir jetzt genau die Science, also die Archemie Maschine dann brauchen wir Bretter, können wir das schon mal machen für viele Bretter brauchen wir dann Pro, Holz pro Brett und dann mal Gold und dann mal Gold, und das ist ein Gefängnis erstmal noch eine ich denke mal die Glückseidee und eigentlich sollte man die Baumstümpfe auch noch bis zum Haus äh, was wollte ich sagen, versuchen die Maus zu graben, also ne, Schaufel uns bauen aber, das mach ich mal kurz so, oder? so, jetzt kann ich die schon so bauen, da brauch ich dann was anderes ähm, ich muss dann Schaufel bisschen Schaufel, da so, ist ja gut, lass das einfach mal hier da ist der Pilz doch dann kaufen wir jetzt noch mal was mit dem Pian, was hier drin ist dann kommt Feuer vorbei genau, dann mach das Fleisch die Baumwehr so, dann fällt mir jetzt, hm, ich guck mal auf der Karte, wie war das, ist zunächst Stein ja, das ist etwas weit weg dann müssen wir uns weniger bei Baum, das ist halt Maschinen eigentlich aber, hm vielleicht werden wir anders noch Stein aber wir müssen alles was wir nicht brauchen, nehmen das mal weg, hier gibt es brauchen wir, das können wir mal neun tun, geht mal pflanzen wir, cut stone kann auch mal kurz weg, und dann nehmen wir mal Richtung, also Richtung, was ist Süden, und nehmen alles mit, was wir noch anderen auch finden, damit wir das dann führen können, also, oh gut, ist jetzt nicht, aber wir betreiben wir nicht hier, gehen auf den Steinweg längst, und dann schon mal weit bekommen, auf den Weg längst, würde ich sagen, dann müssen wir da mal links holen, in Richtung, und steinen uns holen, oder gold ist eigentlich viel, viel mehr, aber hier unten, dann warten wir bei dem Lager, werden wir zwei Lager hier, das müssen wir vielleicht in den Ball in den Weihnachten, und dann werden wir das schon willkommen, wo es ist, aber in Schweizer Weihnachten ist auch nicht nur die Glücksidee, weil die sehr vollmondse Zeit, und vormond, ist die, nicht so zugänglich die Schweine, muss man nochmal, das ist ja, was auch blöse ich auszudeuten, bis jetzt trotzdem, sind wir noch weit von den fernen, da ist es wieder wo noch, ob ich ja mach, und wenn ich ja gut denke, da und das stein und das mit dem was er noch so ist und schaubel geworden ist konnten auch noch beschrieben und müssen immer wieder haben also während aber ich kann es vergessen rückblick rückblick neben uns schütten wir setzen was er kreieren nicht mehr so lange noch das geht nicht mehr verlaufen so geht wir haben noch ein bisschen was zu essen ich müsste das ob es ausreichend und so ein bisschen das ist die Frage ob wir das noch schaffen um dort hin anzukommen holzfällen sollte man lieber wir könnten auskommen das würde ja schon reichen können wir später immer noch hier hin so viel gold gut wir gehen jetzt an das machen wir auf jeden Fall muss auch noch gehen alles wenn ich jetzt hier vielleicht auch den Weg erwische dann geht es mega schneller ein bisschen schönen Friedhof hier naja hier ist der Weg genau ja das ist doch ganz gut gelaufen jetzt dann weiter nach Norden und ein bisschen Holz müssen wir nochmal fallen das machen wir gleich mal hier ein bisschen ein bisschen Möglichkeit besteht hier noch ein bisschen Zeit haben wir noch ein bisschen und das ist doch das ist doch auch das ist doch das ist doch hier warst du ein Stück nach oben, also da sollen wir jetzt mal gehen, losgehen wenn wir es noch schaffen ganz doofals müssen wir da ein Anlager irgendwo noch bauen Notlager aber ich bin noch guter Dinge, dass wir es schaffen Winter, das wird das schwierigste, das zu verstehen wir haben noch keine Ressourcen, die wir für Winter benutzen können das ist so ein starkes Problem ich werde es auch jetzt machen, dass die Science Maschinen oder wenn ich dort mal eine Pause machen die Schweine sind ja näher, wir müssen aufpassen um anscheinend ist das nicht so ne das ganze war 40, da waren wir schon mal näher am Abgrund gut, dann gehen wir schnell nach oben wir gehen den auch zurück ins Haus wir führen die ganz Blumen wir sind bestimmt nur einmal die Pflanzen nur da hin gleich noch unsere dann kommt der Versuch ich tue immer schon mal Feuerdienst ich tue noch einmal Bär, dann komme ich Marmelade hier machen wir sollen lieber zurück oder ja ich sehe nix aber ein bisschen was mitnehmen, dann müssen wir nach oben wieder was schade drum ja 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 genau, wo ich ein bisschen pflanzen und ein bisschen noch ausgraben gut dann dann erstmal hier noch ach ja ja das mal schnell kochen werden müssen gut ne warum ist das immer so dunkel so dunkel na gut das könnte ich jetzt mal reichen dann gucken wir uns für die Science-Maschine das auch schon raus das das es genug ist das eigentlich hier 2 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 bis kurz und was schnell hier 17 was für die Säure das Essen Fädenbäume jetzt mal schnell die Schaube kann man noch mal benutzen muss zu dem drastend rechtsklick so was war ich dass er jetzt reicht Und wenn wir mal Crap-lostern und Feinde... Doch da bleibt ja... Das gibt schon ungefähr 4. Und ein bisschen mehr. 2... 3... 4... Ein Jahr mehr. Gut, dann müssen wir jetzt eigentlich die bauen können. Und die... Welche Maschine, genau. Die stellen wir, wenn ich die hausten stelle. Und äh... Hier ist ein Platz. 3... 2... Die Dinger habe ich hier mal. Und dann... 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 Wir endlich unsere Schuh... Ja... Setten wir auch mal hin. Und das brauchen wir nicht. Ich muss mir nicht mehr den geringen. Da... Da ist ganz viel Gas. Und dann holzen wir noch mal mit. Ich würde immer alles was wir hier sagen, ne, dann will ich die Axt zu errichten. Sonst greffe ich das jetzt gleich aus, das will ich ja nicht. Zeit haben wir noch. Oh, was wird noch gehen? Bei Nahrung sieht es ein bisschen schüren aus, dass man so viel draus wieder holen kann. Oh, Bienen. Ich fühle euch ja nichts. Bienen sind ja eigentlich noch flieglich. Wir sind ja eigentlich echt flieglich. Ich bin ja eigentlich flieglich. Bienen wäre auch noch ganz interessant. Bienen haben wir diese Bienen, Bons aber auch. Das haben wir irgendwie gemacht. Genau, es ist noch genug Gras. So ein Pflücken. Ach ja. Ich muss nur bei der Zeit, dass wir nicht mal. Und wir stellen auch mal eine Pause machen. Deswegen, ja. Das gute Zeit. Pause. War voll. Wenn man will, ist die Zeit. Das gute Pause. Dann. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.